Ja, krass, so viele Leute. Herzlich willkommen zur 20. Gulasch-Programmier-Nacht. Das ist gut, wahrscheinlich zwei Jahre nicht in der Vorlesung oder im Vortrag gewesen, aber klatschen könnt ihr noch, das ist schon mal der Anfang. Ja, so, jetzt hat das auch mit der Sites funktioniert, damit ihr auch wisst, wo ihr seid und wer euch eingeladen hat. Ich hoffe, es gibt keine Tippfehler in der Folie, aber wie alles ist etwas mit heißer Nadel gestrickt. Genau, aber bevor wir anfangen, muss man vielleicht noch was zum Ort kurz sagen. Wir sind hier im ZKM, da drüben ist die HFG. Das ZKM ist das Zentrum für Kunst und Medien, das ist eine Stiftung des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe mit dem Ziel, Kunst, Medienforschung, aber auch der Umgang mit Technik und Medien zu fördern. Also es geht hier auch um viele Themen, die man eigentlich mit dem Begriff Hacken auch umschreiben kann. Und nebenan ist die Hochschule für Gestaltung, das ist eine Hochschule des Landes Baden-Württembergs, an der man viele tolle Dinge studieren kann und dass wir hier sind, ist nicht ganz zufällig, denn es gibt einen Professor, den ich gleich vorstellen möchte, der uns viele, viele Jahre unterstützt und wo man ganz ehrlich sagen muss, dass ohne ihn vieles vielleicht früher nicht so gut geklappt hätte oder auch dieses Jahr vielleicht gar nicht geklappt hätte. Und insofern großen Dank und großen, großen Applaus für Professor Belitzki. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Ich wollte eigentlich nur sagen, liebe GPN-Gemeinde, obwohl das hört sich an wie das Wort zum Sonntag, Moment mal, also liebe GPN-Magier, es ist eine tolle Sache, das zu, ich weiß nicht wievielten Mal, das ist sicher nicht das zwanzigste Mal, aber sicher, ich schätze 2006, hatten wir die Ehre, euch hier zu haben, das war alles ein Umstand. Ich bin hier neu geworden, also 2006 und ich habe drei Räume bekommen, die unter meiner Obhut waren und denen habe ich drei Namen gegeben. Der eine war Entropia, der zweite war Utopia und der dritte war Paranoia. Und irgendwann kam dann an mich relativ in kurzer Zeit eine Gruppierung, ein Verein, der sich Entropia nannte und kam mit der Idee, irgendwie die GPN, für mich ein Abstraktum, ich wusste gerade, was CCC ist, aber das war es schon, dass es irgendeine GPN gibt und das hier in der unmittelbaren Nähe. Und das war der Anfang dieser langen Liebesgeschichte. Das waren relativ wenige Menschen, das waren vielleicht 200, 300, ich weiß nicht, ob du schon damals erwachsen warst. Geht so, auf jeden Fall, das war der Anfang, das waren ein paar hundert, das quoll und irgendwann dachte ich, das wird, wie in diesem Märchen, wo dieser Brei immer aus dem Haus, dass die GPN auch aus dem Haus, auf jeden Fall lange Rede kurze sind, wir freuen uns wie früh und geehrt, ich prahle immer damit, dass wir GPN haben, obwohl ich nichts dafür gemacht habe, außer sozusagen als, ich war nur der Dealer. Und das war es und es ist eine große Freude, große Ehre und wirklich auch große Inspiration und ich hoffe, Sie kommen im nächsten Jahr wieder und im nächsten Leben auch willkommen. Dankeschön. Applaus Da muss man vielleicht noch die Geschichte von vor ein paar, was ist das, ein Donut? Oh, da muss ich auch gleich so eine Geschichte erzählen. Aber muss ich vielleicht noch eine Geschichte zu Herrn Belitzki erzählen mit den Studenten aus Südkorea, glaube ich. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hatte er eine Gruppe an Studenten da aus Südkorea und dachte sich, naja, wir können hacken, das kann er ja auch und hat, glaube ich, seinen Studenten gesagt, dass sie uns erzählen sollen, sie wären aus Nordkorea. Oder ich weiß nicht, ob das, das war seine Idee, ja genau. Und dann sind die auf der GPN rumgelaufen und es haben halt echt viele geglaubt. Ja, Tweets gesehen so, es gibt Nordkoreaner, sind auf der GPN. Naja, also das war auch ein kleiner Hack von Professor Belitzki. Weiß er nicht, was dieses Jahr kommt, wir sind gespannt. Und es gibt einen Donut mit einer Entropia-Flagge drauf. Also ich glaube, den darf ich jetzt essen. Ihr nicht, so. Gut, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was für Fohlen ich habe. Aber es gibt einen kurzen, ernsteren Teil. Und wir haben uns ja jetzt zwei Jahre lang hier nicht getroffen. Warum, muss ich jetzt gar nicht erklären, das ist euch hoffentlich klar. Aber wir sind bei dem Punkt angekommen, dass wir das Motto haben, sei kein Fisch und trage eine Maske. Außer, ihr steht auf einer Bühne, so wie jetzt, oder ihr seid in einem Vortrag und redet, dann könnt ihr die ausziehen. Ansonsten bitten wir euch, eine zu tragen. Der andere Punkt ist auch, testet euch regelmäßig. Wir haben spontan eine Teststation organisiert, danke an Nikola, die auch kostenlose Bürgertests macht. Nikola übrigens, der schon bei der GPN1 dabei war. Richtig, ja? Also ich will jetzt nicht sagen, wie alt du bist, aber Nikola ist noch... Jetzt ruft mich der hier mit an. Oder? Ne, doch nicht. Ist egal, ich würde eh nicht dran gehen. Aber genau, Nikola hat die Teststation organisiert. Und das andere Motto ist halt, wenn ihr euch ungesund und krank fühlt, ja, bleibt bitte zu Hause. Also vielleicht sieht es ja jemand im Stream und hustet. Kann ja vielleicht zu Hause bleiben. GPN soll es wieder geben. Es ist nicht die letzte. Es ist auch nicht der letzte Tag heute. Also baut keinen Scheiß und passt auf euch auf und passt auf die anderen Leute drumherum auf. Genau. Jetzt habe ich auch noch was vergessen, was ich ganz am Anfang fragen wollte, ist, who doesn't understand any German? It's a bit late. You can raise your hand, but there are some French guys here. There's even more guys like that. I lost already 10 kgs between the last event at this time. That's not going well. But at least, yeah. Okay, so I'm sorry, but the event is mainly in German, right? I think you've already realized. That doesn't mean that we dislike English-speaking people or other languages. It's just the way it has always been. It's very convenient for us. But I think we all speak English or other languages. And if you want to have some information, if you want to talk to someone, just don't hesitate to speak either in English or in your native language, and we will find someone or some device to translate whatever you want to say to us. So if you try to order some gulasch and you get cat food, then maybe, like, just check on the translation. Yeah. Good. And if you're missing something of what I say, then just ask someone else to translate. Like, it's their duty. If they speak German, they have to translate for you. It's really easy. Genau. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir sind zu Gast in der HFG und im ZKM. Das ist auch nochmal ein kurzer ernster Teil. Ich weiß, ihr bastelt alle sehr gerne und man ist es von anderen Events gewöhnt, dass man so ein bisschen unter sich ist. Das sind wir hier nicht. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich sogar pure Absicht. Wir wollen mit dem Entropia und der GPN auch so ein bisschen raus aus dem Image. Hacker treffen sich unter sich. Es sind irgendwelche Leute mit Kapuzen und grünem Text im Keller. Ja, also, ich weiß nicht, wer ist so? Ah, oh. Jetzt traut ihr euch alle nicht. Nee, ist okay. Ihr könnt so sein. Das ist vollkommen okay. Aber wir wollen ja auch ein bisschen daran arbeiten, dass das, was wir machen, sichtbar wird. Dass man weiß, wer wir sind. Wir haben nämlich alle coole Ideen. Also, ihr habt alle coole Ideen. Ihr baut coole Sachen. Und deswegen sind wir auch hier in einem eher öffentlicheren... Vielleicht muss ich dazu was sagen, ja. Sonst irgendwie, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich habe irgendwann mal Donius, der vorhin zu euch gesprochen hat, den wir übrigens alle lieberweise Matt-Onius nennen, aber er ist superlieb. Hat irgendwann mal einen Muffin... Entschuldigung, ich bin schon ganz durcheinander. Einen Donut präsentiert. Und ich glaube, er wollte nur, dass ich davon abbeiße. Und ich habe abgebissen, aber dann war der Donut weg. Und das war vor Jahren. Und seitdem, vielleicht ist das jetzt eine Revanche und ich muss die alle essen. Naja, also nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn da noch mehr kommt. Genau, also wir sind hier in einem Raum, der auch so ein bisschen öffentlich ist. Es gibt hier Besucher, die auch von außen kommen. Es gibt Museumsbesucher. Man kann einfach reinkommen, ja. Also, das ist auch nochmal was Schönes. Man kann einfach... Geil. Ich bin das... Aber können wir... Also, ich habe jetzt einen Wunsch an die Küche. Ich will auch eine andere Flagge haben. Als nächstes möchte ich entweder eine Breittropia oder einen Chaosknoten. Geil. Also, es gibt hier ein paar Donuts nachher. Ist das dieses DDoS, dieses Donut, Denial of Service, von dem alle sprechen? Danke. Danke. Oh. Ich hoffe, es passt hier noch nicht. Aber das ist okay, ja. Super. Also, wir sehen schon mal, es gibt Neuigkeiten, was die Essensverpflegung angeht. Ach so. Nee. Vielleicht soll ich das ausmachen. Genau. Jetzt sage ich noch kurz was zu den zwei Gebäuden. Genau. Also, wenn jemand durchkommt und wir haben eine Fotopolicy, die so ein bisschen anders ist wie in anderen Gebäuden, in anderen Events. Jetzt, es gibt ja auch Gäste, die von draußen kommen, die machen nochmal ein Foto und die Policy ist, Bilder, bei denen die GPN im Fokus steht, also das Gesamte, das ist vollkommen okay. Ja, aber wenn einzelne Personen im Fokus stehen oder auch einzelne Bildschirme, das finden wir nicht okay und da muss davor gefragt werden. Ja, das ist so, das haben wir die letzten Jahre so gemacht. Und das ist ja jetzt ein bisschen anders wie bei anderen Events, denk nur dran. Also, wenn da irgendwie jemand mit der Kamera rumläuft und ein Bild macht, dann pöbel den nicht gleich an. Das ist vielleicht einfach nur ein normaler Gast und wir wollen ja auch gastfreundlich sein zu allen, die sich für unsere Themen interessieren. Des Weiteren, ihr habt, es gibt diese tollen Badges. Meiner ist rot, eurer hat eine andere Farbe. Mit denen bekommt ihr auch Eintritt in alle Ausstellungen, die im ZKM sind. Unter anderem gibt es die Ausstellung Biomedien, es gibt die Ausstellung The Beauty of Early Life und eine Ausstellung über die Künstler Christa Sommerer und Laurent Mignonot. Das sind alles, da ist sehr viel digitale Kunst, da stehen humanoide Roboter drin, da geht es um generative Pflanzen. Also, ihr könnt da reingehen, kann ich nur sehr empfehlen. Disclaimer, ich arbeite für das Museum. Aber ich verdiene da auch nichts dran. Also, ihr könnt trotzdem reingehen, ich kann es sehr empfehlen. Und Teile der Workshops finden auch dort statt. Und an der Stelle, ich weiß, also wenn da so ein humanoider Roboter steht, das macht irgendwie, da juckt es einen schon in den Fingern, den zu hacken, aber bitte nicht. Also, das ist schon lustig, aber das ist halt auch irgendwie ein Museum. Und das ist nicht so cool, auch für die GPN, wenn dann irgendwie das Museum zerlegt wurde. Und wenn da irgendwie ein Schild ist und wenn das ein Kunstwerk ist, dann, also, kauft euch den Roboter selber und hackt den im Hackcenter, aber bitte nicht den im Museum. Und das meine ich ganz ernst, also das ist nicht lustig, weil das ja auch Künstlern gehört. Und ja, also seid da ein bisschen, denkt ein bisschen dran, ihr habt das Hackcenter, da könnt ihr alles kaputt spielen. Und wenn da der Waffelroboter wieder abbrennt, das ist okay, aber wenn dann der humanoide Roboter irgendwelche Pflanzen umrasiert im Museum, das muss nicht sein. Also, genau, soviel dazu. Ja, bitte nichts abbrennen allgemein, das ist nicht gut. Genau. Ja, es tut mir leid, es war immer so dunkel, aber wir wechseln jetzt mal. Es gibt so einen großen Übersichtsplan. Ihr seht schon, wir haben uns bei den Tischen sehr viel Mühe gegeben. Falls ihr euch wundert, was da so ein Strich, der ist, der durch das Gebäude geht, das ist die Vorbereitung einer Ausstellung in der HFG. Das war so zeitlich leider, deswegen haben wir auch einen anderen Termin, weil danach eine Ausstellung eröffnet wird. Und in dem Konzept dieser Ausstellung soll eine semipermeable Membran sich durch das Gebäude ziehen. Die ist noch sehr permeabel, aber in den nächsten, nach der GPN, wird da mehr reingemacht. Also nur, dass ihr wisst, wie und warum der andere Termin. Wir hoffen, dass in den Jahren darauf wir wieder an den Feiertag können. Ihr seht in dem Plan, es gibt Toiletten, der Vortragssaal ist alles da, was ihr braucht. Es geht zu den Ausstellungen, die Tische sind da und draußen könnt ihr euch auch rumtoben. Ja, so sollte für alles gesorgt sein. So, aber das war jetzt irgendwie genug Ernst, jetzt kann man vielleicht noch über ein paar lustige Dinge sprechen. Unter anderem gibt es ja immer die Frage im Vorfeld, was sind für komische Dinge passieren, von denen wir gar nicht Bescheid wissen. Und es stellt sich raus, es gibt verschiedene Sachen, die passieren, wenn man nach GPN in Appstores sucht. Also auch irgendwie sehr interessante... Also weiß ich auch nicht, woher das kommt. Ja, gut, kann sein, ja. Ich weiß auch, dass GPN steht für Gesellschaft, für irgendwas, pädiatrische Nephrologie, genau. Und die machen auch immer ihren GPN-Kongress und das ist eine große Verwirrung. Ich hoffe, niemand ist falsch, weiß nicht. Ich weiß leider nicht, wo der andere Kongress stattfindet. Dann gibt es auch so total kuriöse Sachen. Ich habe dann irgendwie am Mittwoch nachts eine E-Mail gekriegen, dass jemand bei bellebart24.de bestellt hat. Und irgendwie sind später, dass jemand ein Auto gebucht hat und das Ergebnis sah dann irgendwie so aus. Und vielleicht ist das der Versuch, das kleinste Bällebart der Welt zu bauen. Es ist sogar ein Elektro-Bällebart, ja. Also wir stehen ja auch für den Fortschritt und das, ja. Also was auch immer, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe es nur mitgekriegt. Jedenfalls, das soll ja auch der Sinn und Zweck der GPN sein. Ihr kommt ja her, weil es irgendwelche coolen Sachen gibt. Und ihr bringt ja auch immer coole Sachen mit. Und da freuen wir uns auch sehr schon drauf, dass ihr welche mitbringt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegt ihr überall mit, was passiert. Das ist ganz einfach. Es gibt eine Webseite, die heißt Gulasch und da gibt es alles drauf. Und damit diese Präsentation nicht so langweilig wird und ihr euch noch an eure Kindheit mit PowerPoint-Präsentation erinnert, habe ich auch ein paar Effekte eingebaut. So, also auf Gulasch gibt es den Fahrplan. Es gibt die Information zum Helfen. Da sagen wir gleich was zu. Und es gibt die FAQ. Es gibt bestimmt Fragen, die nicht beantwortet sind. In dem Wiki steht viel, lest es euch durch. Ihr könnt auch suchen. Manches steht auch auf Englisch. Und wenn ihr einen Fehler findet, dann könnt ihr ihn korrigieren. Das ist ein Wiki. Also es ist ja auch eure Veranstaltung. Wir sagen auch, es gibt keine Besucher, es gibt nur Teilnehmer. Also ihr seid alle appelliert mitzumachen. Zum Thema Mitmachen. Auf anderen Veranstaltungen heißt es Helfern. Auf anderen dann wiederum Engel. Bei uns sind es Trolle. War schon immer so. Und genau. Deswegen trollt uns. Trollt die GPN. Und ihr könnt euch auf troll.gulasch.ch anmelden. Für Schichten. Das ist ganz wichtig. Denn sonst funktioniert das nicht. Sonst könnt ihr irgendwie das Gulasch in Einzelteilen bekommen. Ohne Schüsseln. Ungespült. Und wenn ihr helft, dann kriegt ihr es schön zusammengekocht. Oder dass Leute an der Bar für euch coole Cocktails mischen. Oder was auch immer. Dass genug eingekauft wird. Wieder 20.000 Tonnen Vanilleeis. Also letztes Jahr, ich glaube, irgendwie sechs Kilo Koriander aus Versehen verkocht wurden. Also es gibt, es passiert aber auch immer was Lustiges. Ja, also wenn ihr helft. Ich glaube, es gab Jahre, wo am Ende die Küche einen kompletten DJ mit eigenem Line-Up hatte. Weil sie Bock auf Mucke hatten. Aber eine Boombox zu einfach war. Und deswegen haben sie sich DJs gebucht. Es passieren aber auch irgendwie andere lustige Sachen. Also wenn ihr schon mal irgendwie zum Metro oder zu Ikea gehen wollt. Und sagt, guten Tag, ich möchte 200 Nachttischlampen kaufen. Also wenn ihr sowas erleben wollt, dann müsst ihr einfach mithelfen. Und dann kriegt ihr das auch irgendwie alles mit. Genau. Oder wenn ihr euch, ja, das muss ich gar nicht erzählen. Ihr müsst es einfach rausfinden. Noch, und dann bin ich auch, ist eigentlich schon die letzte Folie. Ich will auch gar nicht so viel reden, weil das meiste passiert da draußen. Spenden. Ihr habt es gemerkt, ihr seid hier alle for free reingekommen. Und das ist uns auch ein großes Anliegen, dass diese Veranstaltung kostenfrei ist. Es gibt so viele Kongresse und auch andere CCT-Events, die Geld kosten. Das ist auch alles kein Problem. Das hat ja auch alles, weil die müssen sehr viel Miete zahlen oder andere Sachen haben. Wir haben das Glück, dass beide Häuser uns unterstützen, indem wir keine großen Kosten haben. Und nur deswegen, also das ist wirklich so, nur dank dem Support von ZGAM und HFG sind wir in der Lage, euch hier eine GPN zu zeigen, die sozusagen für euch eigentlich nichts kostet. Dennoch entstehen aber Kosten und wir wollen aber auch nicht irgendwie eine Clubmate für 4,80 Euro verkaufen. Und wir wissen auch, dass jeder unterschiedlich viel Geld hat. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr etwas spendet. Das war schon die Jahre davor immer so. Das ist jetzt immer noch so. Und denkt bitte dran, ihr könnt auch Geld überweisen, das funktioniert auch. Aber ihr könnt auch am Infodesk einfach Geld einwerfen und da spenden. Ihr kriegt auch ab einem bestimmten Betrag Spendenbescheinigungen für die Steuer. Also das ist alles möglich. Das könnt ihr alles am Infodesk erfragen. Gut, die Flasche fällt nicht tiefer. Ja, also das ist nochmal wirklich wichtig. Also ich bitte euch wirklich darum, ihr könnt auch für jemand anders spenden. Ihr könnt auch nur 5 Euro spenden. Ihr könnt 50 Euro spenden. Wir empfehlen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel empfehlen wir? 30. Ja, genau. Spendet 42 Euro. Eigentlich haben wir 30 empfohlen. Und denkt mal drüber nach, was andere Events kosten. Und dann denkt drüber nach, was ihr hier spenden wollt. Und spendet etwas. Und das ist auch, also wir verdienen da jetzt nicht unheimlich viel Geld dran. Wir wollen natürlich auch coole Sachen machen. Und wir wollen irgendwie cooles Gulasch mit gutem Soja geschnetteltes kochen, ohne dass es zu teuer wird. Wir wollen einen coolen Aufbau haben in der Lounge. Und das kostet halt alles Geld. Und deswegen spendet bitte. Genau. Dann gab es noch ein bisschen Verwirrung zu eurem Ticket. Es gibt ja auch für alle, die sich angemeldet haben, ein KVV-Nahverkehrsticket, mit dem ihr zwischen eurem Wohnort, eurem Schlafort und der GPN fahren könnt. In Karlsruhe ist das so quasi dann mehr oder weniger jede Straßenbahn, weil die wegen Baustellen auch immer jeden Tag irgendwie anders fahren. Ja, also ich glaube, es hat sich schon wieder was geändert, weil irgendeine Brücke eingebrochen ist. Also ihr könnt auch die magische U-Strapp besichtigen. Karlsruhe hat auch sein Millionengrab, genauso wie Stuttgart 21 und der Berliner Flughafen. Also Karlsruhe hält da mit. Wir wollen auch cool sein. Es gibt jetzt sieben unterirdische Haltestellen, total krass. Und die Bahnen, die sonst oben fahren, fahren jetzt unten. Wahnsinn. Hat zwölf Jahre Bauzeit, zehn Jahre Bauzeit, irgendwie sowas. Und gut, aber es ist jetzt da. Bitte nicht den Tunnel hacken. Ja, also das ist halt, ich glaube, eine lustige Geschichte. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das so stimmt, aber es klingt viel zu lustig. Also als die ersten Bahnen durchgefahren sind, hat dann wohl die Brandmelderanlage ausgelöst, weil niemand damit gerechnet hat, dass Bahnen so viel Abwärme produzieren. Also diese Art von Kleinen gut passiert, ja, kann man ja nicht wissen. Genau, jetzt habe ich mich schon wieder verloren, wo ich war. Aber ich war bei Spenden, genau. Wir haben dieses Ticket und wenn du dieses Ticket nutzt, denkst bitte auch an die Spende. Das ist ein Pauschalpreis, ja, weil es voraus noch viele hin und her gab. Aber ich will es nicht. Warum muss ich mich trotzdem dafür anmelden? Das ist ein Vertrag, der sagt, ihr habt x Teilnehmer, das kostet y Geld. Und das machen wir. Das ist auch für euch, damit ihr irgendwie mit ÖPNV gut hierher kommt, wieder zurückkommt, weil Einzeltickets sind auch nicht günstig. Aber wir sind in der Lage, das auch mit unseren Spenden zu finanzieren. Und deswegen nochmal, spendet Geld. Ja, also ihr könnt auch helfen und spenden, am besten beides. Und das bringt uns weiter. Ja, ach so, wenn ihr das KVV-Ticket benutzt, dann spendet bitte 5 Euro mehr, ist die Empfehlung. Wie gesagt, auch hier, das ist ein Solidaritäts-Ticket. Nicht jeder kann dafür spenden und wir wollen es ja auch irgendwie gemeinschaftlich so gelöst kriegen. So, jetzt habe ich aber schon 20 Minuten geredet und jetzt ist Zeit für einen weiteren Bissen in den Donut. Ich kann es aber, ich meine, ach so, den Abgebissenen, ach so, Prost, okay, gut. Ich habe überall Schokoladenflecken. Aber vielleicht noch ein paar Sachen, die sich geändert haben zu letztem Mal. Bevor ich dann gehe, wer war denn noch nie auf der GPN? Ja, ihr wisst alle nicht, dass das total nutzlos ist, deswegen seid ihr alle hier. Nein, Spaß. Es freut mich natürlich sehr. Die anderen kennen das schon. Ich sage auch fast jedes Jahr das Gleiche. Wer war denn schon fünfmal hier? Naja, schon nicht schlecht. Und wer war schon 20 Mal hier? Ah, da hinten steht er. Sehr gut. Was sich geändert hat dieses Jahr, das Gulasch ist komplett vegan. Wir machen kein Fleisch mehr. Auch viele anderen Sachen sind wir vom Fleisch abgekehrt. Und manche sagen, kein Fleisch, kein Bock. Ja gut, du kannst zu Hause Gulasch mit Fleisch kochen. Aber wir haben viele Helfer und es ist in der Küche für uns auch ein Aufwand, Fleisch zu kochen. Das ist gar nicht so einfach. Das muss man irgendwie korrekt kühlen und das muss gute Qualität haben. Und ich finde, mit Sojageschnetzeln schmeckt es genauso lecker. Es gibt viele, die haben das letztes Jahr gar nicht gemerkt. Als wir zum Test eh nur Veganes verkauft haben, dachten, alles wäre Fleisch drin. Das könnt ihr jetzt selber herausfinden, ob das wahr ist oder nicht. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert. Die Grundprinzipien sind alles die gleichen. Passt auf euch auf, seid nett zueinander und macht das Gebäude bitte nicht kaputt. Das steht schon seit vielen Jahren, hat zwei Weltkriege überlebt oder eineinhalb. Und es wäre jetzt schade, wenn es diese Gebäude nicht überlebt. Deswegen, ja, also, genau, seid auch ein bisschen vorsichtig. Keine Longboards im Gebäude fahren, keine Roller fahren. Wenn ihr fahrende Sofas habt, fahrt bitte draußen damit. Wenn ihr nachts fahrt, macht bitte Licht hin. Sonst werde ich wieder von der Polizei angerufen, dass eine fahrende Eurokiste ohne Licht unterwegs ist. Das ist wirklich so. Die waren da und haben gesagt, die Eurokiste ist okay, aber da muss ein Licht dran. Kann man vielleicht auch zu unseren lieben Nachbarn sagen, falls ihr es draußen gesehen habt, da steht ein sehr martialisches Gebäude. Da sitzt der Bundesgeneralanwalt drin. Und, naja, die haben aus der Geschichte ein bisschen, sind die vorsichtig. Und deswegen ist das Gebäude doch sehr stark bewacht. Früher sagte man, die Wiese ist Lava. Ihr könnt euch aber trotzdem auf der Wiese bewegen, denn es stellt sich nämlich raus im Gespräch mit Mitarbeitern, dass die eher auf die GPN kommen und da rumlummern. Und das heißt, wenn ihr da irgendwie auf der Wiese irgendwie einen Schabernack treibt, dann könnte es sein, dass da eh drei Mitarbeiter des Referats 3 daneben sitzen. Aber die haben ja, die wollen ja auch keinen Stress, sind auch ganz lieb. Und ihr müsst einfach nur wissen, dass das Gebäude hat eine Wand und das Video bewacht. Und wenn ihr auf der Wiese sitzt, ist alles okay. Wenn ihr aber der Meinung seid, dass ihr euch unbedingt an die Wand setzen müsst oder die mit Schokolade beschmieren, also ich habe es nur aus vergangenen Sachen erzählt, ja. Oder dass ihr der Meinung seid, der Ort, um eure Leitern und Hubsteiger abzustellen, wäre an der Wand genau der richtige. Oder ein Beispiel von vor ein paar Tagen, dass es eine gute Idee ist, 20 Gasflaschen dort hinzustellen. Dann müsst ihr einfach damit rechnen, dass relativ schnell der Sicherheitsdienst kommt. Und wenn ihr der Meinung seid, es wäre cool, das mal von oben zu sehen, mit der Drohne zu fliegen, dann kommt noch mehr Sicherheitsdienst mit anderen Autos und anderen Farben. Also lasst es einfach, wenn ihr die in Ruhe lässt, dann lassen die uns auch in Ruhe, das ist so der Deal. Genau. Das ist es eigentlich. Es gibt natürlich auch, muss ich auch noch sagen, Gott, ey. Nach 22 Uhr, es gibt Menschen, die fangen dann nicht erst an zu arbeiten, sondern die gehen dann schlafen. Und deswegen auf dieser Seite von dem Gebäude, da hinten, da wohnen Leute. Und deswegen nach 22 Uhr bitte nicht diese Türen verwenden. Auch nicht kurz zum Rauchen, ist mir vollkommen wurscht. Ihr könnt auf die andere Seite und da rauchen gehen. Wenn ihr auf der Wiese unbedingt rauchen wollt, es gibt Aschenbecher, damit ihr die Wiese nicht dreckig machen sollt. Und genau, also das ist jetzt, glaube ich, auch alles. Vielleicht, hier gibt es vorne im Mikrofon, gibt es jetzt jemanden, der hier unbedingt eine Frage hat, die er jetzt stellen möchte. Fragen werden mit einem Donut belohnt. Also wenn jetzt jemand fragt, wie viel Uhr es ist, dann kriegt er nur einen halben Donut. Kann ich einen Donut haben? Also ich ergänze, Fragen dürfen nicht wiederholt werden. Wo Gulasch? Also wo ist das Gulasch? Genau, dann kommen wir mal zu dem Plan zurück. Kann ich doch bestimmt meine ganzen Folien hier schlau öffnen. Wo Gulasch? Gulasch draußen. Und da gibt es so schöne Zelte. Es gibt, glaube ich, auch andere Dinge wie Gulasch. Ich darf das Menü vielleicht gar nicht verraten. Aber es gibt nicht jeden Tag Gulasch, sondern nur am heute und am Samstag. Und am Freitag gibt es etwas anderes, was aber, glaube ich, gleichermaßen vegan ist. Oder wie die Bäckerei nebenan geschrieben hat, Veganer geeignet. Das fand ich auch eine schöne Bezeichnung. Genau, aber es gibt es draußen, es soll auch Waffeln geben, es soll auch irgendwie Pizza geben oder Apfelkuchen. Who knows? So. Das Donut noch. Ich könnte die auch einfach werfen, aber dann kommen die nicht ganz an. Sind die Donuts vegan? Die was? Sind die Donuts vegan? Diese Frage kann ich nicht beantworten, deswegen gibt es keinen Donuts. Egal, ich würde dann noch einen nehmen, wenn ich darf. Kann ich den Donut, den ich dir gebracht habe, wieder zurückhaben, bitte? Der war nur geliehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Achso. Also, Leute, wir sind ja nicht ewig hier, es ist schon halb, vielleicht jetzt ein paar ganzer Fragen. Ich hätte dann auch mal noch eine Frage, und zwar, wie schaut denn das aus mit der Planung für die Merch-Verteilung? Gute Frage. Der Merch wird am Infodesk verteilt, ihr habt den ja reserviert. Und ihr holt den bitte ab, weil nämlich ab Samstag 14 Uhr werden diese Reservierungen dann freigegeben, oder ab Samstag 12 Uhr, glaube ich sogar. Aber das wird auch am Infodesk, gibt es dann im Merch-Desk, wann genau der öffnet, weiß ich nicht, vermutlich zu büroüblichen Zeiten, also irgendwas von 14 bis 22 Uhr, also für uns büroüblich, und da könnt ihr dann euren Merch abholen. Ah ja, stimmt, ich habe es fast vergessen. So, gibt es noch Fragen? Nein, nicht, super. Gut, also, dann vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart, und ich freue mich, und wir freuen uns, dass ihr jetzt in die nächsten vier Tage hier hacken könnt, und basteln und bauen, und euch austauschen. Noch vielleicht zum Schluss, also ich stehe jetzt hier allein auf der Bühne, aber ich bin eigentlich der alle am allerunwichtigsten, Sondern es gibt 5000 andere, die die ganze Zeit irgendwelche Dinge vorbereiten, die seit heute Morgen Getränkepaletten rumschieben, die in der Küche bei der Hitze draußen stehen und für euch kochen, die das Video machen, die Tontechnik machen, die Schilder machen. Es gibt ein rekursives Operation Center, das Sock-Operation Center, in dem Sock sitzt, und der macht das Sock-Operation, okay, das ist vielleicht nur ein Insider-Witz, den nur wir verstehen. Ne, aber es gibt viele, viele Helfer, ich würde sagen, der Kern unserer Orga besteht aus irgendwie 40, 50 Leuten, und dann gibt es irgendwie ein paar hundert Trolle, die sich drumherum scharen und uns helfen, und die darf man nicht vergessen. Und deswegen seid ganz lieb zu denen, und helft, wo ihr könnt, und dann zum Schluss bitte ganz großen Applaus für alle Trolle. Genau, und wenn ihr twittern wollt, bitte den Hashtag GPN20 benutzen, nicht GPN22, außer ihr seid Zeitreisende, dann ist okay. Genau, viel Spaß auf der GPN. Genau, viel Spaß auf der GPN.